Ist deine Configuration YAML auch viele hunderte Zeilen lang? Du verlierst langsam den Überblick und fragst dich, wie du das Ganze noch irgendwie gehandelt kriegen sollst? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Hallo meine lieben Freunde des geflickten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich mir heute mal mit euch gemeinsam die Configuration YAML etwas näher ansehen. Die Configuration YAML ist ja das Herzstück von unserem Home Assistant Server und je nachdem, wie viel man daran schon konfiguriert hat, wie viel man da schon integriert hat, kann es schnell passieren, dass diese Datei endlos wächst. Und das sorgt natürlich nicht gerade für Übersichtlichkeit. Aber da kann man Abhilfe schaffen und genau das möchte ich mir mit euch gemeinsam heute einmal ansehen, was man da für Möglichkeiten hat, was man dafür tun muss und wie das Ganze dann am Ende aussehen kann. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, dann würde mich einen Daumen hoch riesig unterstützen. Und wenn ihr mich aktiv unterstützen möchtet und kontinuierlich, dann könnt ihr auch das tun. Und zwar, indem ihr Mitglied dieses Kanals werdet. Die Mitgliedschaft findet ihr hier unten neben dem Abonnieren-Button. Könnt ihr einfach mal draufklicken. Da erkläre ich alles Weitere auch nochmal in einem kurzen Video. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für jegliche Art von Support. Sei es ein Like, sei es ein Abo oder eben auch die Mitgliedschaft. Vielen Dank an jeden, der mich und meine Arbeit hier unterstützt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit dem Video. Hier sind wir jetzt bei mir im Home Assistant. Da es sich um das Testsystem handelt, ist es hier natürlich relativ leer. Aber ich habe es schon mal ein bisschen vorbereitet. Gehen wir einfach erstmal in den File Editor. So, und hier seht ihr jetzt die Configuration YAML. So oder so ähnlich wird sie bei euch wohl auch aussehen. Mit vielen, vielen einzelnen Einträgen. Ja, und ab einer gewissen Länge wird das halt ziemlich unübersichtlich und nicht besonders angenehm zu pflegen. Hier oben bei den Automatisierungs-Skripten und Szenen, da sehen wir schon ein Beispiel, um die Configuration ein bisschen aufzuräumen. Und zwar den Befehl INCLUDE. Denn Automatisierungs-Skripte und Szenen werden hier schon in eigene Dateien ausgelagert. Wenn wir jetzt hier einmal schauen, Automation, Ausrufezeichen Include, Automations.yaml. Das bedeutet nichts anderes, als dass er hier unter diesem Punkt Automation den gesamten Inhalt der Datei Automations.yaml einfügt. Schauen wir uns das einmal kurz an. Wenn wir hier die Datei Automations.yaml öffnen, dann finden wir hier unsere ganzen Automatisierungen, die wir im Übrigen natürlich auch über Einstellungen Automatisierungen konfigurieren können. Darum soll es jetzt hier in diesem Video aber ja nicht gehen. Das nur kurz erwähnt. Also Include Automations.yaml fügt alle Einträge aus der Automations.yaml hier unter dem Knotenpunkt Automation.yaml ein. Inwiefern uns das jetzt weiterhilft, das schauen wir uns jetzt mal hier am Beispiel des Logger-Eintrags an. Und zwar möchten wir diesen Eintrag hier jetzt auslagern in eine eigene Datei. Dazu erstellen wir jetzt hier erstmal eine neue Datei. Dafür klicke ich mal auf New File. Er fragt mich, wie soll die Datei heißen. Ich nenne sie jetzt einfach mal logger.yaml und bestätige den Eintrag mit OK. Jetzt sagt er hier File erstellt. So und das Einzige, was wir jetzt machen müssen ist, wir kopieren alles, was unter dem Punkt Logger steht. Also alles, was weiter eingerückt ist als der Eintrag Logger. Und zwar bis zu dem nächsten Punkt, der wieder genauso weit eingerückt ist wie Logger. Das kann man auch ganz einfach prüfen. Hier vor dem Logger ist dieses kleine Dreieck. Wenn ich das hier einmal kurz anklicke, dann klappt er das hier alles ein und wir sehen direkt, alles bis zum Eintrag MQTT möchten wir jetzt ausschneiden. Dann speichere ich die Datei und wechsle jetzt in die gerade angelegte Datei logger.yaml und hier füge ich jetzt meinen Eintrag wieder ein. Das speichern wir auch, gehen jetzt wieder zurück in die Configuration YAML und müssen jetzt hier nur noch dafür sorgen, dass er eben die Einträge aus der Datei logger.yaml auch lädt. Und das machen wir mit Ausrufezeichen include, Leertaste, Logger.yaml. Das speichern wir und sind auch schon fertig und haben den ersten Schritt zu unserer aufgeräumten Configuration YAML geschafft. Das gleiche können wir jetzt auch noch mit dem Eintrag MQTT machen. Wir kopieren das Ganze. Diesmal schreibe ich hier mal direkt include, MQTT.yaml. Speichern das Ganze. Wir erzeugen die Datei MQTT.yaml, wechseln in diese Datei, fügen das Ganze ein, speichern und sind fertig. Ja, vielmehr muss man über den normalen include eigentlich auch gar nicht wissen. Das Einzige, was es hierbei zu beachten gilt, ist zum Beispiel die Datei MQTT.yaml darf keinen weiteren include Eintrag besitzen. Ansonsten gibt es hier aber nicht viele Besonderheiten. Das wäre so der einfachste Weg, um zumindest die Configuration YAML schon mal grundlegend ein wenig aufzuräumen. Ja, wie ihr seht, mit dem Befehl include lässt sich hier schon so einiges aufräumen, aber Home Assistant bietet uns da noch wesentlich mehr Möglichkeiten, um das Ganze noch etwas granularer zu machen. Um uns das anzusehen, werfen wir mal einen Blick in die Dokumentation. Und zwar ist das Aufsplitten der Konfiguration in Home Assistant wie immer sehr gut dokumentiert. Link dazu findet ihr auch wie immer unten in der Videobeschreibung. Zu Beginn wird hier erstmal der include Befehl erklärt. Den haben wir uns ja jetzt schon angesehen, also gehen wir mal direkt ein bisschen weiter nach unten zu dem Bereich Advanced Usage. Und zwar haben wir hier vier verschiedene Möglichkeiten, alle Dateien aus einem bestimmten Ordner in einem Rutsch einzulesen. Und zwar mit den vier Befehlen include the list, include the named, include the merge list und include the merge named. Das dir steht, wie man sich schon denken kann, für Directory, also Verzeichnis. List liefert uns eine Liste zurück. Named liefert uns ein Dictionary. Und die beiden Merge-Befehle fassen die entsprechenden Dateien dann auch noch zusammen. Was das jetzt im Detail heißt, schauen wir uns mal für jeden Befehl einzeln Schritt für Schritt an. Fangen wir an mit dem Befehl include the list. Wie ihr hier lesen könnt, liefert uns der Befehl include the list eine Liste zurück, bei der jeder Inhalt einer Datei einem Eintrag in der Liste entspricht. Die Liste ist danach sortiert anhand der Dateinamen. Wechseln wir also nochmal in die Configuration YAML, scrollen hier ein Stückchen runter und betrachten uns mal hier den nächsten Block, Sensor. Und zwar sehen wir hier drei Sensoren und dabei handelt es sich um eine Liste. Und dass es sich um eine Liste handelt, das erkennen wir daran, dass jeder Eintrag mit so einem vorangestellten Minus markiert ist. So, und diese Liste möchten wir jetzt mit dem Befehl include the list hier einbinden, beziehungsweise diese Einträge entsprechend auslagern. Dazu benötigen wir jetzt als erstes mal einen Ordner. Gehen wir also hier in die Übersicht, sagen new folder und legen hier mal ein Verzeichnis mit dem Namen Sensors an. Bestätigt, folder created. So, und jetzt schauen wir mal, was haben wir hier für Sensoren. Einmal den Systemmonitor, dann Deutscher Wetterdienst Wetterwarnung Wermelskirchen und Deutscher Wetterdienst Wetterwarnung Kassel. Was wir bei dem Befehl include the list beachten müssen ist, jeder Eintrag der Liste muss in eine eigene Datei. Also benötigen wir jetzt drei Dateien in unserem Ordner Sensors und die lege ich jetzt einmal an. Wir wechseln hier also in den Ordner Sensors, sagen hier oben new file und erzeugen hier eine neue Datei systemmonitor.yaml. Dann brauchen wir noch eine Datei wetterwarnung-wermelskirchen.yaml und eine Datei wetterwarnung-kassel.yaml. So, das sind jetzt unsere drei Dateien für unsere Sensoren. Fangen wir mal mit dem Systemmonitor an. Ich schneide hier den gesamten Eintrag aus, speichere das Ganze und füge jetzt den gesamten Eintrag hier in der neu angelegten Datei systemmonitor.yaml ein. Was jetzt noch wichtig ist, wir müssen jetzt das Minus entfernen, also rücke ich das Ganze hier auch mal um zwei Leerstellen nach links ein und wir sagen speichern. Ich gehe wieder in die Configuration, nehme mir den zweiten Sensor, das war wetterwarnung-wermelskirchen, wechsel wieder in den Ordner Sensors, in die Datei wetterwarnung-wermelskirchen, füge hier den gesamten Eintrag ein und entferne auch hier wieder das Minus. Speichern, zurück in die Configuration, den letzten Sensor ausschneiden, den packen wir ebenfalls in die neu angelegte Datei. So, und jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass in der Configuration.yaml diese drei Dateien auch eingelesen werden. Und das machen wir jetzt hinter dem Eintrag Sensor-Doppelpunkt mit dem Befehl include unterstrich dir unterstrich list leertaste sensors slash. Wir speichern das Ganze und somit sind unsere Sensoren ausgelagert und zwar so, dass jeder Sensor in einer eigenen Datei abgelegt wird. Das heißt, wenn ich jetzt in Zukunft nochmal irgendwas zum Beispiel an meinem Systemmonitor ändern möchte, muss ich hier nur noch eben in den Sensorordner gehen, den Systemmonitor auswählen und kann schnell und übersichtlich diesen Sensor konfigurieren. Um sicherzugehen, dass wir bis hier noch alles richtig gemacht haben, gehen wir jetzt mal in die Einstellungen, Serversteuerung und sagen jetzt hier einmal Konfiguration prüfen. Ihr seht, die Konfiguration ist in Ordnung, also können wir auch direkt weitermachen. Wir gehen also nochmal in die Dokumentation, schauen mal, was hier als nächstes kommt und zwar include the named. Und include the named arbeitet ähnlich wie include the list, aber hier bekommen wir eben keine Liste zurück, sondern ein Dictionary. Ein Dictionary unterscheidet sich von einer Liste dadurch, dass die Einträge nicht einfach nur nacheinander in der Liste liegen, sondern dass sie eben über einen Schlüssel adressierbar sind. In dem Fall wird als Schlüssel der Dateiname verwendet. Was das jetzt wieder heißt, schauen wir uns natürlich sofort an. Wir gehen dazu wieder in den File Editor. In die Configuration YAML scrollen wir mal ein bisschen runter und wenn wir uns den Eintrag Group etwas genauer ansehen, dann fällt uns auf, dass die Untereinträge von Group kein vorangestelltes Minus haben. Also handelt es sich nicht um eine Liste, da es aber ja trotzdem eine Aufzählung von Einträgen ist, handelt es sich hierbei um ein Dictionary. Und um diese Einträge jetzt auslagern zu können, dafür benötigen wir den Befehl include the named. Ansonsten ist das Vorgehen hier fast identisch. Als erstes brauchen wir auf jeden Fall wieder ein neues Verzeichnis. Das nennen wir jetzt einfach mal Groups. Jetzt müssen wir aber beim Anlegen der neuen Dateien etwas beachten. Und zwar muss der Dateiname immer dem Schlüssel des Dictionary-Eintrages entsprechen. Also AllPowerSensors und AllFuelSensors in diesem Beispiel. Fangen wir also mit AllPowerSensors an. Ich kopiere mir den Namen, wechsle hier in das Verzeichnis Groups, lege eine neue Datei an, füge hier den Namen ein, AllPowerSensors, dahinter ein Punkt YAML und sage OK. Als nächstes brauchen wir noch die Datei AllFuelSensors, die lege ich direkt auch noch an. So, die Dateien sind angelegt und jetzt schneide ich mir alles unter dem Eintrag AllPowerSensors aus, speichere das Ganze, wechsle jetzt in die Datei AllPowerSensors und füge hier den Inhalt wieder ein. Das Ganze speichern wir, gehen wieder zurück in die Configuration YAML, schneiden jetzt noch alles unter AllFuelSensors aus und kopieren das in die Datei Groups AllFuelSensors. Das speichern wir auch, gehen wieder zurück in die Configuration YAML und können jetzt auch diese beiden Einträge hier löschen. So, und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, wir müssen ihm jetzt noch sagen, dass er ja hier an dieser Stelle das Verzeichnis Groups einlesen muss. Und das machen wir mit Ausrufezeichen include-dir-named-leertaste-groups-slash. Das speichern wir wieder und sind fertig. Auch diesen Schritt kontrollieren wir mal eben. Dazu gehen wir wieder auf Einstellungen, Serversteuerung, Konfiguration prüfen. Auch diese Konfiguration ist in Ordnung, also machen wir auch direkt weiter und zwar mit dem Befehl include-dir-merge-list. Also wechseln wir nochmal in die Dokumentation und schauen hier bei include-dir-merge-list. Und da sehen wir, dieser Befehl wird ein Verzeichnis einlesen und daraus alle Dateien, welche Listen enthalten müssen, zu einer großen Liste zusammenfassen. Wie das aussieht, schauen wir uns jetzt natürlich konkret wieder an. Wir gehen also wieder nach Home Assistant, in den File Editor, in die Datei Configuration YAML, scrollen hier mal ein bisschen runter und sehen hier den Punkt Switch. Unter dem Punkt Switch habe ich einige MQTT-Geräte stehen und zwar drei Jalousien und drei Lampen. An dem vorangestellten Minus erkennen wir, dass es sich bei Switch wieder um eine Liste handelt und diese möchten wir jetzt getrennt nach Jalousien und Lampen auslagern. Wir erstellen dazu als erstes wieder einen Ordner, diesen nennen wir Switches und sagen OK. Dann gehen wir in den Ordner und legen hier eine Datei Jalousien.yaml an, klicken auf OK und legen jetzt auch noch direkt eine Datei Lampen.yaml an. Und jetzt müssen wir wieder nur noch unsere Einträge übernehmen. Dafür schneide ich einmal hier die drei Einträge der Jalousien aus, speichere das Ganze, wechsel jetzt in die Datei Jalousien.yaml, füge hier die drei Einträge so wie sie sind ein und sage Speichern. Und wenn wir uns erinnern, bei dem Befehl includeDirList, da mussten wir jetzt hier dieses vorangestellte Minus überall entfernen. Das ist bei dem Befehl includeDirMergeList eben anders, denn bei dem Befehl includeDirMergeList werden ja eben Listen zu einer Liste kombiniert. Das heißt, hier benötigen wir jetzt dieses vorangestellte Minus, das heißt, wir müssen hier gar nichts weiter tun, sondern können uns direkt wieder in die Configuration.yaml begeben, schneiden jetzt hier noch die drei Einträge von den MQTT Lampen unter dem Punkt Switch aus und übernehmen diese in die Datei Switches Lampen. Auch das speichern wir und müssen jetzt wieder nur noch in der Configuration.yaml dafür sorgen, dass diese beiden neu angelegten Dateien jetzt ebenfalls geladen werden. Und wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, machen wir das mit mit Ausrufezeichen include-dir-merge-list-switches-slash. Wir speichern das Ganze und sind auch mit unseren Switches und der gemergeden Liste fertig. Wir prüfen das Ganze wieder, Server-Steuerung, Konfiguration prüfen. Die Konfiguration ist in Ordnung, also machen wir weiter mit dem Befehl include-dir-merge-named. Schauen wir auch dafür nochmal eben kurz in die Dokumentation. Und hier seht ihr, hier bekommen wir wieder ein Dictionary zurück, und zwar ein kombiniertes Dictionary aus allen Dictionaries der Dateien unseres angegebenen Verzeichnisses. Also das verhält sich wieder genauso wie der Befehl include-dir-merge-list. In jeder Datei im hier angegebenen Verzeichnis müssen also Dictionary-Einträge hinterlegt werden und diese werden zu einem großen Dictionary zusammengefasst und an der Stelle, wo wir den include hinschreiben, eingebunden. Auch das machen wir noch einmal am konkreten Beispiel. Wir gehen dafür wieder in den File-Editor, in unsere Configuration.yaml, scrollen hier noch einmal runter und sehen jetzt hier den Eintrag Plant. Darunter befindet sich ein Dictionary meiner Pflanzensensoren. Und wie ihr seht, zwei Pflanzen stehen im Wohnzimmer, eine im Büro. Und genauso würde ich jetzt dieses Dictionary auch aufteilen wollen, nämlich nach Zimmern. Also wie gehabt, wir legen ein neues Verzeichnis an, nennen dieses Plants, gehen in das Verzeichnis und legen jetzt für jeden Raum eine eigene Datei an. Die erste nenne ich jetzt einfach mal Wohnzimmer.yaml und die zweite Büro.yaml. So und wir erinnern uns bei include-dir-named, da mussten wir ja immer darauf achten, dass unser Schlüsseleintrag auch dem Dateinamen entspricht. Und dafür mussten wir diesen nicht mit in die Datei kopieren. Da wir jetzt aber ein vollständiges Dictionary in unserer Datei hinterlegen müssen, kopieren wir einfach die beiden vollständigen Einträge des Wohnzimmers, beziehungsweise wir schneiden sie aus, speichern, gehen in die Datei Wohnzimmer.yaml, fügen hier die beiden Einträge ein, speichern das Ganze. Und mehr müssen wir bei der Merge-Variante gar nicht tun. Das Gleiche machen wir jetzt auch noch für die Pflanze im Büro. Wir schneiden das Ganze aus und übernehmen das Ganze in die Datei plans-büro.yaml. Auch diese speichern wir und sorgen auch hier dafür, dass jetzt unser neu angelegtes Verzeichnis eingelesen wird. Und zwar mit dem Befehl Ausrufezeichen include-dir-merge-named-leertaste-plans-slash. Wir speichern das Ganze und sind fertig. Abschließend noch einmal das Ganze kontrollieren, Server-Steuerung, Konfiguration prüfen. Konfiguration ist fertig und wir haben unsere gesamte Configuration-yaml aufgeräumt. Was ich euch aber mal noch zeigen wollte, ist wie das Ganze aussieht, wenn man es auf die Spitze treibt. Und zwar anhand der Konfiguration vom Frank. Dieser hat nämlich seine Konfiguration auf GitHub geteilt und diese fand ich sehr interessant und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar, wenn wir hier mal in die Configuration-yaml sehen, sieht die wie folgt aus. Ja, das ist wirklich alles. Und ihr seht, hier gibt es nur den Eintrag Home Assistant, darunter Packages und dann include-dir-named-integrations. Heißt, hier wird also einfach der Ordner Integrations eingelesen. Und wie hier auch in dem Kommentar schon zu sehen ist, bei ihm in der Konfiguration kümmert sich jede Datei um genau eine Sache. Und diesen Ansatz, muss ich sagen, finde ich persönlich interessant und ja, eigentlich sogar sehr positiv, denn das sorgt für eine absolute Übersicht in meinen Augen. Es erfordert ein kleines bisschen Umdenken, man muss sich da ein bisschen umgewöhnen, gerade Leute, die eigentlich immer nur mit einer Configuration-yaml gearbeitet haben. Aber am langen Ende, wenn die Ordnerstruktur passt und die Dateinamen anständig sind, finde ich persönlich, ist das schon ein sehr, sehr empfehlenswerter und gelungener Ansatz. Wie weit das Ganze jetzt jeder von euch treiben möchte, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich wollte euch dieses Extrem hier auf jeden Fall einmal zeigen und nicht vorenthalten. Also werfen wir mal einen Blick in den Ordner Integrations, wie der denn aussieht. So, und hier seht ihr jetzt sämtliche Dateien des Ordners Integrations. Schauen wir zum Beispiel mal light.yaml an. Ja, und auch hier wird wieder nur light include-dir-list und dann ein Pfad angegeben. Also aus .entities.lights alle Lichter eingelesen. Also ein Verzeichnis zurück. Entities.lights. So, und hier seht ihr jetzt alle Gruppen, die er zu Lichtern angelegt hat. Und jede Gruppe ist wieder in einer eigenen Datei. Heißt, wenn ihr jetzt hier etwas ändern möchtet, zum Beispiel an der Küche, geht ihr einfach auf kitchen.yaml und fügt hier ein Entity zu oder nimmt es raus und ist fertig. Was ich noch ganz interessant fand, ist zum Beispiel der Punkt Automation. Das haben wir uns noch nicht angeschaut. Und zwar Automation include...automations.yaml. Das hier ist ja der Standard-Eintrag, der einfach dafür sorgt, dass die Automations.yaml verwendet wird für die Automatisierungen. Das ist auch zu empfehlen, denn die Automations.yaml ist ja die Datei, die wir mit unserem Automatisierungseditor im Home Assistant unter Einstellungen verwenden. Für die von Hand angelegten Automatisierungen hat er jetzt hier einen kleinen Trick angewandt. Und zwar hat er jetzt hier gesagt Automation Leertaste Split. Und das sorgt einfach dafür, hier hat er dem Ganzen einen neuen Namen gegeben. Es ist aber immer noch Automatisierungen und sagt jetzt hier include the list Automations. So und das wiederum sorgt dafür, dass unter Automation nicht nur die Automatisierungen aus Automations.yaml landen, sondern dass zusätzlich dazu auch noch alle Automatisierungen aus dem Verzeichnis Automations geladen werden. Heißt, wenn wir jetzt hier noch einmal schauen, hat er hier den Ordner Automations und darunter unterteilt er sogar nochmal in Areas und Systemen und hat jetzt hier seine Automatisierungen. Den Link zu dem Repository werde ich auch unten in die Videobeschreibung packen. Also, wen das interessiert, der kann sich diese Konfiguration hier in aller Ruhe mal selber ansehen. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant und ich denke, das ist auf jeden Fall mal einen kleinen Blick wert, um sich ein bisschen Inspiration zu holen, wie man seine Konfiguration sauber strukturieren kann. Ich würde aber sagen, das soll es an der Stelle mit diesem Video gewesen sein. Ja, so viel zum Thema Configuration.yaml aufräumen bzw. aufteilen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Solltet ihr aber dennoch irgendwelche Fragen haben, stellt sie mir natürlich wie immer gerne unten in den Kommentaren oder kommt gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr ansonsten auch nochmal oben in der Infobox. Auf unserem Discord werden täglich viele interessante Themen rund ums Thema Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und 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 diskutiert. Wenn euch die Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den einen oder anderen dort begrüßen zu können. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt den Kanal, falls noch nicht geschehen und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach, bis zum nächsten Video und viel Spaß beim Configuration aufräumen. Ciao!